Anwendungsfälle mit Hilfe der Konzepte der UML syntaktisch korrekt zu modellieren, ist zugegebenermaßen nicht sehr schwierig. Eine größere Herausforderung ist es, die Anwendungsfall-Modellierung in der Praxis sinnvoll einzusetzen. Dazu wollen wir ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Als erstes gilt es, die Akteurinnen für unser System zu identifizieren. Das stellt in der Praxis nicht wirklich eine Schwierigkeit dar. Man stellt sich hier diese typischen Fragen. Wer benutzt denn die wesentlichen Anwendungsfälle? Wer braucht denn die Systemunterstützung für die tägliche Arbeit? Wer ist denn für die Systemadministration zuständig? Mit welchen externen Geräten, Software-Systemen, muss denn unser zu entwickelndes System kommunizieren können? Wer oder was interessiert sich denn für die Ergebnisse des Systems? Und mit den Antworten auf diese Frage lassen sich die Akteurinnen relativ schnell und eindeutig identifizieren. Nach der Identifikation der Akteurinnen für unser System gilt es nun, die Anwendungsfälle selbst zu identifizieren. Und das stellt in der Praxis schon ein größeres Problem dar. Natürlich erwarten die Nutzerinnen ein bestimmtes Systemverhalten und diese ersten Anforderungen sind meistens einfach zu identifizieren. Ich möchte aber alle Ereignisse, die durch unser System abgehandelt werden sollen, identifizieren. Ich muss mir fragen, was könnte denn alles passieren als Trigger für mein System. Im Wesentlichen ist es sehr oft so, dass von außen durch die Nutzer und Nutzerinnen etwas angestoßen wird. Daher rede ich in diesem Fall von externen Triggern. Es könnte aber auch sein, dass im System ein Umstand eintritt, der einen anderen Anwendungsfall triggert. Dann spreche ich von internen Trigger. Zusätzlich gibt es noch die zeitlichen Trigger. Das heißt, am Monatsersten oder Fünfzehnten soll ein Gehalt ausgezahlt werden. Warum ist das in der Praxis so schwierig, das Identifizieren von Anwendungsfällen? Ich gebe Ihnen dazu ein Beispiel. Wir haben ein Informationssystem für einen Gastronomiebetrieb. Es ist klar, dass sich hier Rechnungen erstellen möchte und dass Kundinnen diese Rechnungen begleichen können. Das ist für die Beschreibung grundsätzlich richtig, werde ich leicht implementieren. Aber ist damit schon folgender Fall abgedeckt, nämlich dass mehrere Personen gemeinsam essen gehen und am Schluss sagen sie, wir teilen uns die Rechnung in gleichen Beträgen auf. Das ist vielleicht nicht abgefangen, weil ich habe nur gesagt, ich kann eine Rechnung stellen für diesen Tisch und man kann diesen Rechnungsbetrag begleichen. Man kann die Rechnung splitten, aber dann ist sie nicht in gleiche Beträge aufgeteilt, sondern je nachdem, was die Leute konsumiert haben, was für Artikel auf dieser Rechnung stehen. Und daher ist dieses Anwendungsfall zentrierte Denken wesentlich. Was kann denn für ein Fall eintreten? Leute wollen sich die Rechnung in gleichen Anteilen teilen. Und daher sprechen wir von Anwendungsfall. Da steht dieses Fall am Ende, was eintreten kann, was ich durch mein System behandeln möchte. Das Wichtigste bei der Anwendungsfallmodellierung ist natürlich die Anwendungsfallbeschreibung. In den Anwendungsfalldiagrammen sehe ich ja nur Ellipsen, in denen eine ganz kurze Beschreibung des Anwendungsfalls in Form von drei Wörtern vielleicht gegeben ist. Daher benötige ich zusätzlich eine detailliertere Beschreibung. Diese Anwendungsfallbeschreibung selbst ist nicht Teil des UML-Standards, aber sie enthält üblicherweise die folgenden Punkte hier. Als erstes den Namen, den sehe ich ja auch im Anwendungsfalldiagramm. Zusätzlich werde ich eine Kurzbeschreibung in zwei, drei Sätzen anführen, sodass man einen schnellen Überblick hat. Man gibt für Anwendungsfälle auch Vor- und Nachbedingungen an, ist in der Praxis sehr relevant. Denken Sie beispielsweise daran, dass viele Anwendungsfälle nur ausgeführt werden können, wenn man eingeloggt ist. Es ist sicher keine gute Idee, dann einen Anwendungsfalllogin zu haben und jeder Anwendungsfall hat ein Include von Login. Das ist nicht zielführend. Viel besser ist es, als Vorbedingungen für einen Anwendungsfall anzugeben, dass der die Nutzerin eingeloggt sein muss. Ich gebe auch eben Nachbedingungen an. Zustände vom System, die eintreten nach der hoffentlich erfolgreichen Ausführung des Anwendungsfalles. Ich sollte aber gleich auch an Fehlersituationen denken, die eintreten können. Gehen Sie da nicht ins letzte Detail vor. In der Anforderungserhebung grundsätzliche Fehler, die offensichtlich auftreten könnten, sollten angeführt werden. Für diese Fehler sollte auch dann der Systemzustand identifiziert werden. Für jeden Anwendungsfall halte ich natürlich die Akteurinnen, die mit diesem Anwendungsfall kommunizieren, fest. Aber die sehe ich ja wiederum auch schon im Anwendungsfalldiagramm. Ganz wesentlich, wir wollen die Trigger festhalten, also jene Ereignisse, die die Ausführung des Anwendungsfalls starten. Wie wir schon gesehen haben, gibt es externe Trigger, interne Trigger und zeitliche Trigger. Das Entscheidende ist, die Interaktion festzuhalten in Form des Standardablaufes. Erinnern wir uns an den Kaugummiautomaten. Hier haben wir gesagt, der Standardablauf ist Münze einwerfen, am Drehkreuz drehen, die Klappe hochgeben, die Kaugummis entnehmen. Das wäre der Standardablauf. Es könnte auch sein, dass ich mehrere alternative Abläufe habe, um denselben Zweck zu erreichen. Nehmen wir an, Sie wollen sich die Lehrveranstaltung des Christian Hoemers anzeigen lassen. So könnte ein Ablauf sein, ich muss zuerst eine Person auswählen und dann gelingt es mir, Lehrveranstaltungen auszuwählen, die diese Person hält. Es könnte aber auch sein, dass mir eine Maske angeboten wird, wo ich die verschiedenen Lehrveranstaltungsleiter zur Verfügung habe und ich wähle einen oder eine aus und bekomme dann die Liste der Lehrveranstaltungen. Das heißt, unterschiedliche alternative Abläufe stehen zur Verfügung. Alle, die möglich sind, werden hier festgehalten als alternative Abläufe zum Standardablauf. Wir kommen zu zusammenfassenden Regeln für die Anwendungsfallmodellierung. Es gilt, die wichtigsten funktionalen Anforderungen an das System müssen in Form von Anwendungsfällen festgehalten werden. Und dabei charakterisiert sich ein Anwendungsfall durch folgende Eigenschaften. Als erstes, ein Anwendungsfall beschreibt eine Transaktion, für die die Auftraggeberinnen bereit sind zu bezahlen. Dementsprechend ist eine Anwendungsfallbeschreibung erst dann fertig, wenn die Auftraggeberinnen diese verstehen können und mit diesen einverstanden sind und darin einen Nutzen sehen. Ein Anwendungsfall beschreibt einen typischen Fall, ein System zu verwenden und nicht mehr. Gerade zu Beginn der Systementwicklung, wenn Sie die Anforderungen identifizieren wollen, ist es nicht unüblich, dass sich die Auftraggeberinnen bei Ihnen mit allen möglichen Sonderfällen auslassen. Für Sie gilt es aber zuerst, die Domäne zu verstehen, die typischen Anwendungsfälle herauszuarbeiten und nachher zu identifizieren, ob etwas ein Anwendungsfall ist, ein Sonderfall, oder ein alternatives Szenario von einem anderen bestehenden Anwendungsfall. Für die Beschreibung eines Anwendungsfalls merken Sie sich, ein Anwendungsfall ist wie ein Theaterstück. Die Anwendungsfallbeschreibung enthält eine Choreografie. Sie erinnern sich an den Kaugummiautomaten. Wir haben hier die Schritte in dieser Choreografie. Münze einwerfen, Drehkreuz drehen, Klappe hochnehmen und die Kaugummi ist zu entnehmen. Um das Ganze zu beschreiben, hat ein Anwendungsfall eine Einleitung, einen Hauptteil und einen Schluss. Es gilt auch, ein Anwendungsfall soll so einfach wie möglich beschrieben sein und eben auch für die Auftraggeberinnen verständlich sein. Einfach, aber gleichzeitig präzise. Keine ausschweifenden Gedanken, sondern einfach und präzise formulieren. Eine Anwendungsfallbeschreibung ist dann fertig, wenn sowohl die Kundinnen, die Anwenderinnen und die Softwareentwicklerinnen ihn akzeptieren. Es genügt nicht, wenn Sie als Informatikerinnen ein Verständnis darüber haben, sondern auch die Kundinnen und die potenziellen Anwenderinnen müssen diesen Anwendungsfall verstehen und akzeptieren. Wir haben gesagt, dass Anwendungsfälle zwar zur Anforderungserhebung dienen, aber in der weiteren Folge im Softwareentwicklungsprozess immer fortgeschrieben werden. Jeglicher Artefakt im Softwareentwicklungsprozess wird gegen die Anwendungsfälle getestet und daher letztendlich auch nach der Implementierung, wenn Sie die Systemtests durchführen, werden Sie gegen diese intendierten Anwendungsfälle testen. Ich habe schon gesagt, Sie sollten nicht ausschweifend alles beschreiben. Konzentrieren Sie sich auf eine Beschreibung, die maximal zwei Seiten hat. Ein System hat üblicherweise sehr, sehr viele Anwendungsfälle und wenn Sie zu viele Seiten produzieren, so wird das von den systemrelevanten Personen nicht immer gut geheißen. Sie wollen alles präzise und knapp definiert haben. Daher maximal zwei Seiten für einen Anwendungsfall. Wir haben bereits festgehalten, dass Anwendungsfälle im Rahmen des Requirements Engineering festgehalten werden. Doch werden die Anwendungsfälle auch in den weiteren Phasen eines Softwareentwicklungsprozesses genutzt, um festzuhalten, ob ich die Anforderungen, wie sie im Anwendungsfall beschrieben sind, auch tatsächlich umsetzen kann. Das werde ich auch nach einem Zyklus im Softwareentwicklungsprozess überprüfen. Da kann man feststellen, dass vielleicht der Anwendungsfall nicht genau spezifiziert war, dass manches vielleicht gar nicht so umsetzbar ist. Dementsprechend werde ich meine Anwendungsfälle näher spezifizieren, revidieren und so weiter und einen weiteren Zyklus in meinem Softwareentwicklungsprozess starten. Auch hier am Ende kann die Entscheidung gefällt werden, dass ich noch einen Zyklus starte. Somit komme ich zu einem iterativen und Anwendungsfall- zentrierten Softwareentwicklungsprozess. Dieses Video diente zu einem kurzen Überblick, wie die Anwendungsfallmodellierung in der Praxis eingesetzt werden könnte. Zur Praxis gehören aber auch Fehler und den typischen Fehlern in der Anwendungsfallmodellierung wollen wir im nächsten Video auf die Spur kommen.